Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Song Animals, ein wirklich mini 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 kleines Spiel, ein Adventure Puzzle Game, das soll 10 Minuten gehen, es ist alles handgemalt mit hier Wasserfarben und so und die Musik wird auch selbst erstellt und ja wir gucken einfach mal rein, was es hier tolles gibt, ja Song Animals, es geht also um Tiere die Lieder singen oder so. Also guck mal, da oben ist ein neuer Planet und so, richtig cool, ja wir sind dieses Fuchs-Ding mit Euter-Dingern und ja hier ist auf jeden Fall ein Felz, den wir bestimmt essen können, oh ja lecker schmeckt, oh das schmeckt so gut und wir haben jetzt ein Dündün, ja das finde ich sehr gut, dass wir jetzt ein Dündün haben, die Düns sind die besten Düns und dann hat man hier ab und zu diese Tennisbälle und er sagt dann Dündün. Und dann können wir auch sagen und jetzt haben wir einen neuen Freund, ja hallo Flappi-Weppi und den können wir jetzt auch steuern, guckt doch doch mal an Leute, hier wir sind ein steuerndes Flappi-Ding, hey listen. Finde ich mega cool, wir können jetzt immer durch die hin und her swipen und können Musik machen, da ist noch ein Tennisball, hallo Tennisball, was willst du von mir? Ach ja, und das ist das Spiel Leute, ihr müsst einfach immer nur das machen, was die Tennisballe euch sagen. Oh nein, wir kommen hier nicht rüber, wie sollen wir denn bloß jetzt hier rüber kommen über diese Schlucht? Hm, vielleicht nutzen wir den Flappi-Deppi. Los Flappi-Deppi, mach irgendwas. Flappi, Flappi, Flappi kann nix. Flappi, du sollst da rüber. Wieso macht er nix, hallo? Flappi, Flappi, ah jetzt, da macht Flappi seine Arbeit. Sehr gut, Flappi, danke Flappi, hab dich sehr gern, Flappi. Oh, ein neuer Pilz, was der uns wohl tolles gibt. Nom, 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 nom. Oh, ein Dündün? Ist ja unfassbar, was will der Tennisball? What? Okay, wird vielleicht doch noch ein bisschen schwieriger. Dündündündündündündündün. Das war doch richtig? Ja, hi, bist du meine Schwester? Bist du meine hässliche Schwester? Okay, wir spielen die hässliche Schwester jetzt, das ist auch okay. Ich meine, du bist nicht hässliche Schwester, du hast einen schönen Buckel. Jeder mag dich. Keine Ahnung, was mit dem Typen los war, der das alles hier gemalt hat, aber ist doch schön, oder? Guck mal, das ist neuer Tennisball! Ey, Tennisball! Wir kommen ja nicht, doch, wir kommen da hin. Geht doch zum Tennisball. Und hier sterben, ich bin mir nicht sicher. Tennisball! Was sagt der Tennisball? Der Tennisball sagt gar nichts. Müssen wir denn mit dem Flapp hin? Ich will mit dem Tennisball reden. Aber es geht nicht, Leute. Ich weiß nicht wie. Gehen wir einfach weiter. Blöder Tennisball. Juckt uns nicht. Hey, ne, jetzt ohne Witz. Wie komme ich dann in den Tennisball? Muss ich da irgendwas Spezielles machen? Okay, ich glaube, wer kommt da nicht ran? Wir kriegen keine 100% in diesem Spiel hin, Leute. Geht einfach nicht. Der Tennisball will nichts von uns. Seitdem, wir gehen gleich nochmal zurück oder so. Da ist ein neuer Tennisball. War das nicht? War falsch? Hä? Dann müssen wir, glaube ich, doch hier runter. Aber wie kommen wir denn an diesen komischen Tennisball ran? Der ist ja so weit oben. Und der will nichts von uns. Die muss irgendwas machen? Und was? Ich wüsste es jeden. Komm mal runter. Hildegard. Hildegard. Wieso? Hä? Also, ich kann gerade gar nichts machen. Ah! Sehr gut, Hildegard. Hast mich fast erschlagen, aber trotzdem danke. Danke für deine Hilfe. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ja, ein neuer Pilz. Los. Äh, Dizzy. Ja, du bist jetzt Dizzy. Du bist Dizzy Junior. Friss das. Ja, wir haben einen neuen Pilz. Den blauen Pilz. Mega gut, Leute. Jetzt kommen wir bestimmt hier oben weiter. An diesen großen Tennisball. Oh, unser kleiner Bruder ist auch da. Kleiner Bruder ist immer da. Immer da. Immer da. Jetzt sind wir gleich eine große Familie. Hallo, kleiner Tennisball. Großer Tennisball. Du bist ein großer Tennisball. Oh, ich bin so gut jetzt. Ohne Witz. Also, mein Gehörverständnis ist so krass gut. Da muss bestimmt der Kleine irgendwas machen. Hallo, kleiner Bruder. Kleiner Bruder. Fred, bitte. Bitte mach das kaputt. Ich weiß nicht, warum er jetzt wieder zurückläuft. Und warum die Kamera auf ihm ist. Aber ist so, Leute. Also, ich kann gar nichts machen. So, hier. Mach irgendwas. Will da oben ran. Wie machen wir das? Hä? Hä? Wie kommen wir da hin? Vielleicht muss Flappy Deppy da oben hin. Da oben ist ein Pilz. Okay, geht nicht, Leute. Aber ich glaube, der Kleine muss auf jeden Fall irgendwas machen. Mie, 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 mie. War richtig? Nee, wir brauchen den neuen hier. Aber wie kommen wir denn da ran? Ah, er muss doch da hochfliegen. Dankeschön. Ich fress das dann mal, weil ich ein Egoist bin und nicht mit irgendjemand teile. Ja, wir haben ein Didu. Das freut mich sehr. Das klingt falsch. Nochmal. Das freut mich doch. So, hier. Das muss bestimmt der Kleine machen. Oder wer macht hier irgendwas? Hallo? Kleiner Dude. Bitte einmal darunter durch. Und dich einhaken und das rüberpacken. Ja, ja. Mach. Was? Wir wollen hier alle rüber. Hallo, kleiner Dude. Okay, ich glaube, da muss große Schwester hier wieder irgendwas machen. Mach kaputt den Scheiß. Ja, sehr gut. Oh, gut, dass du so kräftig bist, kleine, große Schwester. Geilo. Geile Schmattiko. Hildegard, du bist super. Ich liebe dich. Dass du so stark bist, weil ich nur so ein kleiner Lauch hier bin. Und weiter geht's. Das ist ein komisches Spiel. Aber irgendwie auch witzig. Ich meine, die Welten kann man gut erkennen. Ich glaube, sowas könnte ich auch noch zeichnen hier. Alter, wie soll ich das denn hinbekommen? Nö, 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 nö. Nicht? Nö, 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 nö. Nö, nö. Super geil. Ich glaube, das ist ganz gut, um so Hörverständnis zu fördern. Achso, das Spiel gibt es übrigens kostenlos bei Steam, falls ihr euch das holen wollt. Und auch mal ein 100% Spiel haben wollt. Guck mal, da unten ist noch was. Kleiner, hier, frisst das. Ich teile gerne mit dir. Und das sage ich nicht nur, weil ich da selber nicht rankomme. Huch. Alter, er hat ein eigenes Level, der Kleine. Eigenes Bonus-Level. Hier, frisst den Pilz. Oh, er frisst das selber auch nicht. Wir sind hier der Tyrann der Familie. Wir nutzen die anderen alle aus, damit sie uns die Pilze bringen. Ja, ja, ja. Nö, nö. Okay, finde ich gut. Alter, ist das der Boss oder was? Das ist ja mega schwer. Also, der zweite Ton ist auf jeden Fall der letzte hier. Ah. Ich glaube, das sind schon mal die ersten beiden. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen wie dieses Simon Sass-Ding. Wo man mal rot, blau, violett, grün, gelb sagen muss. Ach, ja. Ich sehe irgendwas. Oh Gott. Hier geht's abwärts. Wir sind bestimmt gleich beim Boss. Ich, ich, ja, alles Schlechtes. Ah, das wird immer schwieriger hier. What? Oh, das ist wirklich fair. Okay, das sind schon mal, glaube ich, die ersten. Ah, okay, nice. Irgendwie mag ich das. Ach, ja. Ich, ich mag auch gerne so Lieder, wo man, wo man die Instrumente und sowas rausholen muss. Oh Gott, das ist der Boss. Ohne Witz. Das ist doch einfach nur von, von unten nach oben, oder? Ach, wir haben die ganzen Bälle hier zusammengesucht, oder was? Yeah, nice. Wir haben alle unsere Tennisbälle wieder. Geiles Konzert. Oh, läuft richtig. Das sind die ganzen anderen. Ihr Tull. Oh, ist das Herz ergreifend. Ich hab euch so vermisst, Familie. Ich hab euch so vermisst. Kommt alle mit. Wir essen alle ein paar Pilze. Ich hab euch so vermisst. wenn man in einen neuen Bildschirm reingeht. Ach ja. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Alle zusammen. Fred, Gustav, Hildegard, klein Dizzy, Miriam. Guck mal, die Miriam hat das gemalt. Ich frage mich wirklich, ob Miriam einfach die Tochter von diesen Typen ist. November 2015, doch schon so alt. Next for playing. Guck mal hier, der Fred bleibt noch da und guckt uns an. Ach, da geht er, folgt er denen doch noch. Oh, ist das süß. Das ist doch ein cooles Ende. Ja, nice. Dann, was ist das mit den Singing Animals? Oder wie das hieß? Nee, Song Animals, ne? Wie Song Animals, Leute. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Mini-Video. Wenn ja, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.